Er sah so vorwegen aus, dass Kate vor lauter blindem Begehren ganz schwindelig wurde. Mit seiner abgetragenen Lederjacke und seinem wilden, dunklen Haar sah er gerade so aus wie ein mysteriöser Abenteurer, der die Macht hatte, ihren Körper vor Leidenschaft zum Glühen zu bringen. Er schmiss einen holzklotzendes Feuer und die Flammen schossen zischend in die dunkle, klare Nachtluft empor. Die Funken ließen für einen kurzen Moment sein Gesicht geheimnisvoll aufleuchten. Über das Feuer hinweg war für Kate einen glühenden Blick zu. Seine Augen funkelten wie Feuerkugeln. Kate wurde es heiß. Plötzlich stand er auf und ging auf sie zu. Ihr Herz schlug ihr bis zum Hals, als er sich vorher niederkniete. Seine Augen waren zusammengekniffen. Sie zitterte, als er sich langsam vorbeugte und... Guten Tag! Guten Tag! Er soll die Wiese nicht tun. Er soll die Wiese nicht tun. Oh, das ist ein Händeüberwachs. Na ja, das ist ein Händeüberwachs. Aha! Nehmen Sie mich auch. Schauen Sie nach. Danke, Mann. Dann schauen wir mal. Ich bin Tom. Ich bin Anna. Tom, es reicht. Du kommst hierher. Wir sitzen stundenlang zusammen. Ja, wir können... Aber... Aber irgendwie ist es doch einfach nicht mehr das Gleiche. Ich will hier keine Szene machen oder so, aber Tom, jetzt zeig mir einfach die Wahrheit. Hast du eine andere? Emma... Babe... Schick mich nicht an. Du hast mal gesagt, du würdest mich so sehr lieben, dass du die Kronjuwelen für mich stehlen würdest. Das habe ich nie gesagt. Also liebst du mich nicht. Warst du es jetzt? Warst du es jetzt? Hallo? Das Herz einer Frau. Es ist wie ein tiefer Ozean. Ja, ja. Schatz. Ich bestelle uns einen Kaffee und dann ist alles wieder gut, ja? Ist überhaupt nichts gut. Ich fühle mich doch total unzulänglich, wenn du mit so einem Bravo-Kammergörer machst. Jetzt bist du wieder ein bisschen kompliziert. Wenn ich dir sage, dass... Was ist der? Nein, er hat gar nichts getan. Ihr hübscher Freund hier ist ein gewissenloser Dieb. Aber nicht mit mir, Freundchen. Herr Wachtmeister, abführen. Achtung, machen Sie Platz für die Polizei. Es tut mir leid, Liebling. Ich habe es getan. Nein, hast du nicht. Doch, ich bin da zu dich. Für uns. Damit wir ein besseres Leben leben können. Aber Tom, wir hätten es doch gemeinsam durchstehen können. Ein Mann muss tun, was ist das auch? Tom. Emma. Verwachtmeister. Nicht weinen. Vergiss mich nicht. Vergiss mich nicht. Ich hole mich nicht. Ich hole mich. Ich hole mich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018